Okay, der Rache. Jetzt muss ich mal die 750.000 wieder reinholen hier. Jetzt sind wir ja schon da hinten, wo du zum Dings musst, dass du unter dem Tor durchbrechen musst. Ach ja, hier hat die ältere Rache. Ja, hier drinnen worden. Genau. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Davon ist es doch. Alter, was hat der für eine geile Rache? Ja. Ja, blübblüb. Könnte etwas gefährlich werden. Meldoin! Kein Meldoin! Wir müssen da hinten, wo es geballert ist. Oh ja, klar. Wir kennen die Map halt noch nicht so. Ich glaube aber, wir sind wichtig. Oh, er kommt dort! Er kommt dort! Ich bin das, ich bin das hier. Hast du eine Hunter oder eine Mosin oder sowas? Ich habe eine Mosin, ja. Okay, Alter. Da geh ich ab. Da müssen wir hin. Achso. Hänkeln wir kurz. Hänkeln. 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 Ich bin jetzt hier irgendwo was im Haus. man sieht nichts klingt so nah hier müssen wir jetzt rechts raus rechts runter kommt was rechts habe ich Steps gehört hier 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 Steps. Hey, wer raschelt denn hier an Dauern? Könnt ihr nicht einmal 5 Minuten ruhig sitzen? Das gibt's doch nicht. Das haben sie uns auch schon gehört. Ich weiß nicht, ob wir hier durchs Fenster schießen können. Oh. Oh, was? 471? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, nein. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ich hab Disconnect. Ach komm mal. Hinter uns läuft was. Ich geh ja drauf, aber das ist sinnlos, Junge. In Richtung Spielplatz ist auch was, Tobi. Hinter uns war auch was. Ich hoffe nur, dass die nicht rauskommen jetzt. Hm. Nö. Und bei mir... Jetzt hat den Brauchern dazu gemacht. Internettechnisch ist alles im grünen Bereich. Ja, das sind die Surfer halt. Hm. Nervig. Bisschen Schefflings für uns. Hier kommen einen raus gerade. Da kommt der nochmal. Oh. Availing Session Start steht bei mir. Ja. Wo ist denn da? Da komm ich ja nochmal. Ich hab ja kalt schon an der Tür. Mit einer Giselle. Aha. Hm. Halt deinen Maul. Ist das Cap tot? Ja. Da läuft aber noch was drüben. Möcht ich mich flicken. Nehm ich nochmal flicken. Auch. Ja. Ja, das war's. Ja. Ja. Ja, da war's. Ja, da war's. Wir müssen hier vorbei. Venus. Okay. Ich bin ja Treppe oben. Ich muss mich mal flicken. Die ist mir erst mal sicher. Ja, die können ja rüberkommen. Alter. Wie lange wolltest du noch warten bleiben? Junge, er war ja schon und stand ja schon vor dir. Wie vor Steiners, ja. Wir kommen mit der Ei. Ja. Na los, komm gleich, dann gehen wir hoch. Gehen wir hoch, komm. Vielleicht ist ja schon offen. Auf der Skybridge sind alle Türen offen, ja. Na ja, wir brauchen die eine, wo er rein muss. Also ich bin ganz oben auf der offenen Skybridge quasi, ne? Ja. Ah, es ist offen gleich. Boah, geil. Das war's hier. Ein schwuler Ballettraum. Hast du ihn gefunden? Ja, hier. Von mir gleich. Okay. So, jetzt müssen wir zum Hotel. Das hat ihn leider nicht getroppt. Das hat ihn leider nicht getroppt. Ohne macht ihr mal vor. Ich will mal meinen Scaff looten dann. Ich hoffe, dass ich euch hier nen Weg kapiere. Mach mal zu, ja. So, ja. Ach so, ja. Ich will mal den Scaff looten, ja. Komm hier, das Zeug, alles mit. Ich sehe verschwommen. Oh, das ist nicht gut. Wir müssen hier irgendwas zu trinken finden. Hm. Na ja, statt du mal reinguckst, ob da vielleicht was zu trinken steht. Aus dem Zimmer kommt doch keiner. Wir müssen weiter vor. Vielleicht vorne hier in dieser, meine letzte Hoffnung. Hier, Milch, Milch, Milch. Hier bei mir. Geil. Blei, Lebenswetter. Da ist er doch. Geil. Alles klar. Ich hätte das sonst vorne im Restaurant hier und das war dieses kleine Pistol da. Geil. Oh, ja. Alles da. Oh, ja. Alles da. Labt euch, Männer. Da. Ach ja, der Schweine-Fickraum. Ja. Der Schweine-Fickraum. Ja, den kenn ich. Geil. Der Schweine-Fickraum. Oh, geil. Da hab ich immer ans Ende hier, Alter. Panzerhammer. Hoch in die zweite Etage. Was hast du? Ich sag, die Panzer haben wir jetzt auch alle. Okay. Oh, Fuchsen. Ach, 18. Einmal Splinterpaar hier. Komm. Alles nur S-March-Fans. Ja, das ist nur 15. Ich könnte gern Splintlein. Nö. Lass ruhig. Was? Wieso hab ich ihn denn rausgenommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ja schlimm. Hier, kleines Schweinchen in der Dusche. Komm, hier. Fünf tausend Rupel. Unten ist was gerannt. Mhm. Oh. Boah, scheinlich ein Splinterpaar. Man weiß es halt nicht. Ja. Oh. 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 Was, ey? Du bist voll auf die S-Gap drauf. Oh. Oh. Hat's dich auch zerlegt? Sinnlos. Sinnlos. voll auf den Kopf und es fällt nicht um mehr. Komm, hör doch auf. Irgendwas von dir säpelt. Wenn die Mosin wegschmeißt du es gut. Was die Mosin? Gibt es eine AK? Die AKs waren, die habe ich gefunden. Achso. Gibt es nur um die Mosin. Rest ist mir egal. Hier war doch wieder was auf Holz geklappert. Pass auf. Musst du aufpassen. Hast du noch einen Splint? Ja. Das ist ein Splint, oder? Wo ist er? Ja. Danke. Geil. Alles gehört schon. So, ich muss mal hier wegbringen, das Zeug. Nippaus, was er alles gelootet hat. Kommt schon wieder irgendwas von unten? Fertig. Rasse? Ja. Der war doch oben. Der andere Seite war das. Ja. Die Stolen, Mann. Wirst du die AK mitnehmen dann, oder? Ja. Ja. Wirst du bloß erst mal liegen lassen, weil... Das Zeug irgendwo. Oh, hier ist ein Kassort drin. Nicht, dass hier einer angeschissen kommt. Und das versperrt. Die Mosin sind hier irgendwo... Ne, in das Bett kriege ich sie nicht gefeuert. Ja, in die Rabatten, Junge. Ja. Sie guckt raus. Kass. Entschuldigung. Ja, nicht gut. Hallo. Hör, du hast ihn. Ja, ich bufforte ihn. ich muss mich schon wieder flicken was das denn hier ist oder ach ne immer noch Apropos flicken Könnt ihr mir auch mal einen Arm dran machen so jetzt müssen wir dann das hier rüber raus aber dann können wir noch mal schnell einen Abstecher dort zu deinem Broadcasting machen das ist ein bisschen frei weg davon wollen wir mal hier vorkucken ich weiß zwar nicht ob man hier bis vorlaufen kann also ist ein langer Gang da bin ich noch nie gelaufen dann machen wir doch mal jetzt oh ne ich glaube ich muss erst mal aufs Klo sonst piss ich ihn rein oh ich bin eigentlich am Badblei ist gleich oh ich pisse das Klo also der Schifter da in die Ecke da hätt er wenigstens aufs Klo gehen können wenn er schon aufm Klo ist sonst pisse ich mir ein standen die Schweißperlen auf der Stirn da ist er wieder wunschlos glücklich ich danke dir für deinen Follower freu ich mich riesig herzlich willkommen danke danke so wieder einsatzbereit ganz schön vom Winkel die Bude ganz schön vom Winkel die Bude wie ist das so fast hier geil hier liegt ein Toter rum im Massagesessel gestorben das war seine letzte Massage da sind wir hier gelandet ah nice guck ein guck an geil gut zu wissen ja das sieht aus wie ne Waffenkiste mhm da haben wir doch schon die halbe Miete Fremd ja gut dann lass uns hier raus schieb dich zur Seite auch das sieht aus wie ne Waffenkiste das sieht aus wie ne Waffenkiste da oben oh was sind das hier aus Abendmahl ne Hand ekelhaft hast du? hat's Kling gemacht? ne na dann komm wir hier zur Kamera ja an der Kamera halt ja ich in Schreck gekriegt ich auch ich auch das steht jemand ja hahaha so na dann das festabredig oh mit dem blöden Schlüssel Mann ich war mir so sicher dass ich den noch eingesteckt habe ja da kommen wir doch immer dahin wissen wir wo es ist jetzt mhm zwei verschiedene Seiten wie wir rein können das passt schon schönes Ding mhm oh das Kaffee ist erschossen next mhm mich mhm Untertitelung des ZDF, 2020